Der jetzt hier losgelassen wird, fährt in der historischen Europameisterschaft, fährt in der österreichischen historischen Bergmeisterschaft, in der tschechischen Meisterschaft, da ist ja überall Punkte berechtigter, Gerhard Müllbach. Ah, puckt, puckt, jetzt geht er. Wart er offenbar voll in Begrenzung bringen, so die 161, hier ist die los, aus Prag kommt er mit einem Renault Megane, er ist auch ein ganz interessantes Fahrzeug, Renault Megane. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020